Willkommen zu einer neuen Session Minecraft Staffel 4 Wo hat der mich denn... ach da Wir versuchen jetzt mal zu fliehen Das sieht aber eher so aus als ob das nicht natürlich wäre hier oder Ich bin mir immer noch sehr sehr unschlüssig Was ich überhaupt... Ach stimmt, ich würde hier nochmal hochgucken Was ich jetzt tatsächlich Für den Netherric auf der Oberwelt nehme Oder vielleicht lasse ich den auch, ich weiß es nicht Der Seenensand, den werde ich austauschen mit dem Wandernsand hier Davon kriegen wir auch noch genug ran Und dann Kannst du dich einfach mal verpieseln? Ist er weg? Nein, es ist nicht weg. Jetzt ist er scheinbar weg. Ist das nicht weg? Das ist ein Ghast. Yeah, eine Träne. Nice. Ist für mich immer noch der seltenste... Man könnte so Rohstoff nennen, so eine Träne, weil wir davon echt wenig haben. Drei Stück jetzt glaube ich. Ach, scheiße. So, 46... Die muss ich mir eigentlich auch noch krallen. Für die Magma-Creme. ... 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 Vieh! Yeah! Geil! Ähm... Gut, hier bin ich irgendwie lang. Dann kann ich mir das auch noch schnell holen, weil ich hab ja eh... ...drei Nuggets. 38... Da kommt immer ganz schön was zusammen, ey. 62, okay. Okay... Ähm... Jetzt machen wir uns aber wirklich mal langsam auf den Rückweg. Okay. 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 shit so da geht es runter gut kriegen wir jetzt irgendwie vier das gibt es ja gar nicht ich krieg endlich mal wieder ein slot frei die frage ist was mit ich könnte mir eigentlich schon noch ein paar magma blöcke gönnen der feind problem ist wenn jetzt ein armbus oder was liegen ist können wir sonst wieder ein stück weiteres mitnehmen das war noch nicht so wirklich durchdacht das wäre eigentlich als mobfalle ganz geil dann braucht man kennen ist ja mal ups lava fluss bauen sondern macht eine umwandlung mit diesen dingern und wenn die mobs dann schaden kriegen sollten das ist ja noch die frage dann bleibt es sterben so das item bleibt liegen und man kann bequem einsammeln drei noch eins zwei gut dann geht es hier in der nächsten folge wieder weiter spitz bedanke mich im wüsten